Servus Leute, da ist der Steve. Ich hoffe, ihr habt euch ein Snowboard oder eine Ski schon gewachselt. Ich bin nämlich heute zum ersten Mal Skifahren, also ich bin das erste Mal unterwegs in der Saison 19-20, gerade Sachhofbau oben. Da gehen zwei, drei Lifte, also zwei Setzellifte und einen Schlepper. Das geht wirklich traumhaft. Rundherum ist es ein bisschen grün, aber das macht nichts, weil die Pisten gehen ideal zum Fahren und der Schnee wird sicher auch bald kommen. Wir haben ja, ich hoffe, wir sehen uns eine Woche in einem Berg, einen braven Nikolaus. Hoffentlich erwischen euch die Krampel nicht und mit diesen Bildern verabschieden wir für heute und wir sehen uns auf der Piste. Viel Spaß! Wofürligt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020